Normandy Bolt Paradoxon Ein Amato Veritas Hörbuch Martins Hand hielt mich fest. Das alles hatte keine Bedeutung mehr. Nichts von menschlichen Maßstäben hatte noch Bedeutung. Ich folgte Martin den gewundenen Pfad hinauf, kletterte mit ihm durch die verrostete Geheimtür und kroch in den Berg. Leise! Martin entzündete eine Blendlaterne. Der Geruch von Petroleum und heißem Metall mischte sich in den modrigen von Nässe, Fäulnis und Pilz. Martin schien jeden Stein zu kennen, jede Biegung, jede Abzweigung. Immer wieder schloss er die Laterne und wir standen in völliger Finsternis. Ringsum tropfte ein seltsames Glockenspiel. Ich wagte kaum zu atmen. Ich spürte die Formen des Felsens, ahnte, sah fast seine schiefgebrochenen Winkel und Flächen. Tief unten im Berg spürte ich etwas. Ein Ziehen, ein Sog, ein saugender Strom des Schicksals. Weiter! Wir krochen durch einen Gang, so eng, dass man sich wie ein Wurm hindurch finden musste, der Eingang verborgen unter Schutt, immer tiefer hinab. Verbogenes Metall, Streben, Kräne, zerrostete Fließbänder. Noch tiefer hinab. Eine schlammige Treppe führte endlos in die Tiefe. Die Stufen zu hoch für Menschen. Mühsam kletterten wir von einer zur nächsten. Die Spuren der Meißel, sonst überall an Wänden, Boden und Decken, fehlten völlig. Glatte Flächen standen in absonderlichen Winkeln zueinander. Je tiefer wir kamen, umso riesiger die Flächen. Eine unterirdische Stadt der Zyklopen, seit Jahrhunderten verlassen, seit Jahrtausenden vielleicht. Ist das Gesang? Still! Martin schloss die Blendlaterne. Langsam gewöhnten sich meine Augen an die Finsternis. Grüner Schimmer kam von unten herauf. Wir müssen jetzt ohne Licht weiter. Ich drückte seine Schulter zum Zeichen, dass ich bereit war. Wir tasteten uns voran. Die Stimmen wurden deutlicher. Lediglich das rhythmische An- und Abschwellen dies an Gesangdenken. Sollte das eine Sprache sein, war sie nicht für menschliche Kehlen gemacht. Grunzen, Quieken, Gurgeln, Heulen, Kreischen. Die Laute fuhren mir bis in Magengrube und Knochenmark. Der Fels schien durchsichtig zu werden. Das grüne Glimmen durchzog ihn wie feines Aderngeflecht oder zersetzende Schimmelfäden. Dahinter gähnte Unendlichkeit an Zeit und Raum, eine Wirklichkeit jenseits alles Fassbaren, ein Raum hinter dem Raum, nichts als zuckende Möglichkeit ohne Entfernung, ohne Ort, ohne Zeit und darin wuchernde Gedärme, schleimtriefend, Trauben, blinder Augen, Bündel im Schlaf zuckender Gliedmaßen, halb Tentakel, halb Klauen einer Gottesanbeterin, beständig amorphsig verformende Wesen. Martin schlug mich ins Gesicht. Ich lag auf nassem Fels, der groteske Gesang dröhnte in meinem Schädel. Martins Hand presste sich auf meinem Mund. Sein Blick war alarmiert und mahnend. Reiß dich zusammen! Ich nickte schwach. Weiter! Wir schlichen in die Halle. Die Decke hing dreißig Meter über uns. Die Wände schiefe Ebenen. Eine kubistische Kathedrale jenseits euklidischer Geometrie. Auf dem Boden glühten Linien. Ein riesiges Pentagramm, sechzig Meter im Durchmesser. An den Spitzen standen Steinstehlen, etwa kniehoch, reich verziert. Vier leuchteten wie glühendes Metall, eine war dunkel. Mehrere Gestalten bildeten einen Kreis um das Pentagramm, nackt, die Arme ausgebreitet, den Kopf in den Nacken gelegt. Sie kreischten kehlensherreißende Worte. Schnitte überzogen Brust und Rücken. Blut lief in Rinnsalen herab. Sie blickten ins Zentrum des Pentagramms. Dort stand ein riesiger Altar mit zehn Meter Kantenlänge. Nackte Leiber wandten sich auf.